Wird diese Hexen vorgestellt von Dr. Amir Perel aus der Schweiz. Auf der 4. Nervs-Voranz-Aktion entdeckt. Und schon damals wusste er zu beteiligen, dieser jetzt mittlerweile 1,66 große Dokumentums 61,5. Eine zweite Aufstellung vor der Kommission. Dann werden wir Ihren Gebühren entlassen aus der Raden in Richtung Ausgang im Abel. Und auch jetzt Rose kommt aus der Liebelein.